hallo und jetzt kommt zu einer runde richtig teilen vor zwei hier auf mein knappe glücker kommt bei der swin ich begrüße euch und würde sagen wenn wir die kurzen bock ab abonnieren like kommentieren nicht vergessen ich lege los ja es geht los geht los wir sehen jetzt wieder alles für die 64 und raus hier genau das 64 seine familie wir machen euch fertig so sieht es aus hier und nach lang mal wieder richtig teilen vor zwei hier auf meinen kanal und ich habe bock darauf ich hoffe ja auch und ihr wisst wie es läuft wenn ja abonnieren leiden kommentieren nicht vergessen der flatline unterwegs 2450 kills ich glaube das nicht viel ich verwandere mehr drauf aber egal ich spiele es ja nicht mehr so oft wir wollen wir sind erfasst ja da 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 piloten piloten ich sehe nichts weil einfach mal voll rein aber irgendwie ist da keiner das war jetzt was soll ich sagen hilfe ich wurde weggerutscht ja da hat er mich von richtig schön von nahen und ich kann ich weiß nicht was ich sagen soll ich sage mal gar nichts ihr bock abonniert und like den kanal wenn ihr bock ab disliken das war nun frontsoldat das pilot ja natürlich ist gerade rausgerutscht und natürlich landen hier welche das waren zwar meine leute aber sehr schön meine leistung ist gerade echt mies was kann man dagegen ändern ich weiß es nicht ich habe gedacht dass päckchen zu werfen ist eine gute idee aber irgendwie ich habe es auch nicht ja natürlich ja natürlich gewinnt er auf die anweise hallo ja junge das gibt's doch nicht meine ganzen piloten kommen von hier meine verbündeten und irgendwie werde ich trotzdem von einem mitspieler weggerotzt und der tankkappenjäger der versteckt sich einfach mal ist doch kein punkt erst mal unscheid ich krieg nicht man kill ja aber von hinten werde ich ja nicht wollte mich eigentlich gerade verarschen also gefühlsmäßig wird doch hier gerade alles verkehrt es kann doch nicht sein dass ich keinen kille und von jedem hier weggerutscht werde ich bin piloten gerade weggerutscht ja dann werde ich nun von soldaten sehr schön ich kriege nicht mal einen kill ich habe ihn doch mitnehmen ja kein problem und ich wurde wieder von hinten wieder von nicht das ist ja als dieselbe scheiße ja auch menschen ja ich schwöre ich mache nicht absichtlich ich bin ich absichtlich scheiße ich habe auch gerade nicht das tempo des spiels vielleicht werde ich einfach nur zu alt für das game ich weiß es nicht eigentlich die flatline richtig geile waffe ich schieß damit sehr gerne aber ich kriege gar nicht gar nichts gar nichts hin ja natürlich ja jetzt mal ohne scheiß wie pech kann man den game denn haben jeder macht mich hier fertig er läuft ganz schnell vorbei und ganz easy und alter ich würde hier gerne sagen hier wird gespielt aber ich bin einfach nur zu schlecht dafür kraftig ist auch gerade keiner ja natürlich ich bin nicht vorbereitet weil ich gerade was mache und das day state o wie auch immer was mich damals schnell weg ja ich habe meinen teilen ich weiß ich habe gerade gar nicht gerafft habe ich doch gemacht ach man ich kann gerade tierisch ab das macht auch gerade echt gefühlt kein spaß aber so ist das mal jeden kürz mal das glück heute nicht morgen dich also der sache ach so dass man bündelt danach ja natürlich ja mein teil ist auch ja natürlich ich kraftig was stimmt denn heute nicht jetzt mal ohne scheiß was stimmt denn heute nicht er jetzt ohne scheiß ich weiß ich bin ich der beste weil ich ich kann ja komplett gerade ab heute am dienstag was soll der schalte von soldaten ein paar easy kills ich brauche es mein ego ja naja ist ich habe mich gerade mit einer eigenen granate getroffen granatwehr kein problem alles easy alles ohne probleme haben wir den jo wir haben ihn mit geknackt nice wo ist der pilot ja ich suche ihn und ich werde meine seite weg der das gibt es doch nicht aber soll ich sagen wenn ihr bock habt lasst man aber das kommt da wie die glocke gleich das video mit der pistol ja natürlich nicht mehr war da ich weiß gar nicht was sagen soll ja natürlich kommt von links einer klar hoch sind hier welche natürlich von hinten wurde ich wieder weggerotzt ich bin immer mit meiner waffel auf der völlig falschen seite der map aber das macht nichts nicht vergessen dass hier ist reine unterhaltung ich bin kein pro gamer ich will es auch nicht sein möchte ich einfach voll texten voll labern und ein bisschen gameplay abliefern ihr dürft sehr gerne was in die kommentare schreiben einer nicht tut nicht würden du bist mir ich hektisch bro mein spektrum jetzt du kommst bro und du hast jetzt die anderen bitte danke ich so ein scheiß ich habe schon lange nicht mehr so eine miese leistung abgeliefert so eine miese leistung schon lange nicht abliefert meins 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 und ich glaube dabei nicht dabei nein das gibt ja mensch ein teil hat den platz gedreht es gibt es doch nicht ohne scheiß es geführt läuft ja alles verkehrt was verkehrt laufen kann man teilen ist schon gleich wieder platt aber mein spektrum blatt kein problem die piloten ja oh mein gott war der schlecht bin ich denn er freut mich nein ja natürlich natürlich kriegt er mich ich schwöre ich habe schon lange nicht mehr gespielt und ich schwöre ich habe so schlecht das game nicht in erinnerung gab aber das liegt natürlich an meiner leistung ich bin gerade echt beschissen aber eine bock habe gibt man mit als abo hier leicht wird es gleich das video schreibt was die kommentare für mich freuen eure namen öfters in den videos zu lesen ja soweit komme ich gerade nicht ja natürlich jetzt mal ohne scheiß die hier schiebt doch das gegner team er ohne scheiß so scheiße bin ich nicht im schub an nein war junge es war nur einer auf der karte das scheiß kommen wir da bin ich ein abo für dich haben warum weil du scheiß bist ja genau deswegen und weil ich mich nicht unterkriegen lasse und immer weitermache wie ein echter gamer warum kann ich gegen piloten die granaten nicht anwenden das gibt es doch nicht ich schwöre dass er so unrealistisch aus aber nein mein team ist auch gut wir machen die meisten material schaden ich habe ich bin wieder mal der allerschlechteste mein team ist dafür echt gut und rein da und hoffentlich überleben noch mal drauf da kommt schon die knacken wir auch bevor uns genannt oder ja natürlich nein das gibt es noch nicht er macht um in euch aufzuschlagen ich schwöre ich habe seit fünf sekunden nicht mehr geschlagen und er hat noch mit er hat noch die box aktion ausgeführt er hat die aktion ausgeführt ob ich obwohl ich gar obwohl ich nichts mehr gemacht habe ja natürlich ich schwöre ich habe mich gerade erschreckt ich habe noch nie gesehen dass so einer durch die tür kommt ja natürlich ich habe schon bange um leicht panik mit dem war im store kann all der junge jetzt reicht aber mal hier der test test so wie auch immer oder kommt auch mal so einer von den größeren in das ich schwöre ich habe keine panik geschoben hilfe was soll das was ist das mit nur round ich habe so eine round noch nie gehabt ist das normal schreibt man die kommentare wie scheiße bin ich denn von 1 bis 10 die scheiße bin ich also ich sage mal ich bin neun oder da ist ja auch noch einer das gibt es doch nicht überall ich kenne die karte aber es heftig ist mein team ist gut drauf ich habe den nicht gesehen ich schwöre ich habe den nicht gesehen er kommt schalter das ding ist ein riesen botten ich habe den nicht gesehen ja natürlich klar kein problem ich bin ein super geiles ziel ich bin klein und dementsprechend auch super zu treffen ich schwöre das ist eine dumme round aber wie gesagt von 1 bis 10 wie schlecht natürlich kannst du mal ein bisschen hin und her und ich treffe dich nicht bis ich auch fünfmal schneller als ich also und scheiß von 1 bis 10 wie schlecht bin ich ich sage ich bin neun meinte ich bin eine 10 den plus schreibt man die kommentare nein ich hab dich an der leine roboter reiten dafür bloß kein nebel haben gerade nein was war das denn hat er mich jetzt kaputt oder war das der nebel kommt schon hat er mich jetzt platt getreten wir haben gewonnen ich raff es nicht ja gut dann versuchen jetzt mal das schiff aufzuhalten das wäre der absolute sieg ich habe einfach nur echt starke teammates kommt man hier raus ja noch eine animation wenigstens etwas war aber komisch ok ok wo ist das schiff armani ist es schon da ein großer schiff ich gehe mal raus macht man hier begleitschutz kommt das schiff noch oder ist es weg noch mehr machen das blatt hier alle drauf feuer mit den absoluten ich schwöre ich habe ich gesehen dass dann abhangen wir haben den absoluten sieg geworfen war das geil also auch nicht beschissen bin was war das für eine geile round 6 pilot gibt oh mein gott war das mies also ich sag mal so es war nicht meine round ich war echt beschissen wie gesagt ich war echt nie ist mein team hat so rasiert wie weiß gott was er hält nicht im team hatte dann baller ich auf das schiff die weiter vorsehen abhang nicht aber das war der ultimative sieg wenn ihr bock ablassen ab oder schon was kommt da wie die glocke gleich das video ich europa da können wir nicht tierisch überfreund ansonsten wünsche ich ihm noch einen schönen tag guten morgen noch bestern abend ich bin ihm mit raus pisa